Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13.2. Wir sind immer noch unterwegs, Hope zu folgen. Meine Idee war es nicht, ihm zu folgen. Ich kann ihn trotzdem nicht leiden. Aber wenn es verlangt wird von uns, müssen wir es ja tun. Hallo. Und er bappelt, also bappelt, und bappelt. Hier. Danke. Du hast durch Zeitgehebt. Ich glaube, es ist nicht überraschend, dass du diese Dinge kennengelernt hast. Der Macht zu regeln wurde von einer Sieris nach der nächsten. Sie war immer noch die Yule. Wenn sie Zeitgehebt haben, warum sie sich nicht mehr ausfüllen? Vielleicht können sie die Gefahr kommen und tun etwas, um es zu verhindern. Nein, sie wurden zerstört, weil sie die Zukunft sehen können. Warum? Die Säureis-Yule furcht die Zukunft der Stadt. Einige Bürger wollten versuchen, um das Disaster zu verhindern. Einige fühlten sich, dass sie einfach abandone ihre Hände und wegzunehmen. Einige fallen in Gefahr und haben ihre eigenen Leben genommen. Die verbreiteten Populisten flasht. Die Nation wurde von der Krieg entfernt. Äh, er bubbelt immer noch, man hat keine Stimmen. Die Menschen sehen, dass die Zukunft sehr gefährlich ist. Sie kann mit den Menschen-Händen messen. Sag mir über das. Die Nation wurde von der Krieg entfernt. Und die Survivoren flasht in den Wildlands, um zu verhindern, mit anderen zu verhindern. Huh. So, Sie wissen die Geschichte. Oh! Komm schon, Direktor Hope! Ich will sie zeigen. Es ist okay, sie zeigen, nicht wahr? Garnit auffällig. Nein. Was da wohl dort zu sehen sein wird? Dann zeig es mir jetzt! Wieso weiß er das? Boah, das sieht schon geil aus! Koopoo! Ich seh nix! Das war doch Cocoon, oder? Ja? Was das für die Bescheid? Lightning! Das Gerät wurde von einem alten Teil der Ruins gegründet. Wir benutzen Methoden Carbon-Dating-Methoden für die Zeit. Das Gerät und die Begründung im Inneren sind mehrere Jahre alt. Aber es zeigt Lightning! Sehr verwirrend alle! Oh oh! Kampfmusik! Nein! Dieser Arsch! Das war der Kampf vom Anfang! Ist es verbreitet? Nein! Wir haben beide Begründung und Daten testiert. Und alles ist nominal. Und wenn wir versuchen, die Begründung zu sehen, dann bekommen wir das. Vielleicht ist es einfach manipuliert. Vielleicht ist es nicht die Begründung, die verbreitet. Es ist die immediate Zeit, in der wir uns befestigen. Die Begründung zu sehen. Du sagst, es könnte der Paradox sein. Weil die Zeit der Zeit der Zeit entgegen, das könnte direkt die Begründung durchführen. Also, wenn die Paradox erledigt werden, Zeit der Zeit der Zeit zurückkommt. Dann können wir die Prophezei sehen, und herausfinden, wo meine Freundin ist. Kubo? Ja, glaube ich. Genau. Hier. Ein Artifakt! Warum ist ein Artifakt hier? Das ist ein Artifakt hier. Ist das richtig? Wir versuchen, es sich selbst zu machen, aber ohne Erfolg. Ja. Wir können das nutzen, um die Zeit zu gehen. Dann kannst du es haben. Ich denke, es wird dir viel besser für dich, als wir uns. Hier. Ja. Ja. Ein Artifakt mehr. Artefakt erhalten. Ein Schwunder... Ein Schwunder-Artefakt. Ja, ein Schwunder-Artefakt. In der Zeit, 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 Hörbe hat sich zahen zu den Arten. Das Problem. Wir wollen die Paradox des Mystery. Wenn die Puzzle-Artefakt ist, die 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 Musik des Spassensors. Sie auch sind die Schläge der Leitungen. Sie können die Schläge sein, aber ich finde, ich bin noch ein bisschen näher ? Ich finde Licht. Ich habe noch einen Schroren? Da hinten ist ne Kiste Welche Ruin? Suche das Portal Ich guck mal, ob ich da drüben jetzt Da hängen kann Theoretisch müsste man mal Hier irgendwie hochkommen Kupo, wo bist du überhaupt? Mein kleiner Kupo Noel, du bist echt da hinten Drei Hallenmädel gefunden Jetzt kommt er erst rüber Noel ist so langsam Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so langsam ist Hier sind nur Kisten Ein paar Potions wär nicht ganz gut Ein Karfunkel Nein, Noel, hast du es auch endlich mal hergeschafft? Aber jetzt geh ich schon wieder weg, mein Freund Ui 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 Und wir fließig die Karte nicht Ja, von da oben kommen wir Und da geht's nicht weiter Und da hinten geht's auch nicht weiter Irgendwie gibt's ja nur diesen einen Weg hier Versteh ich nicht Müsstest es doch viel mehr Wege geben Vielleicht ja hier lang So ne Abzweigung nach links gleich gibt oder sowas Hallo? Super Sackgasse Karte öffne dich Hallo? La 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 Karte Wir müssen nach rechts Dann geht's da unten wieder nach Da Ah, da geht's auch mal hin Also nach rechts müssen wir Alles klar Das ist das falsche rechts Sarah, du musst noch viel lernen Ja, jetzt geht's Zum Gesicht Hip 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 Und dann die Treppe hoch Hier geht's weiter Da hoch Und sehen wir Chocolater gleich Auf der linken Seite Hallo? Und jetzt müssten wir hier weiterkommen Wo wir vorhin Nicht weiterkamen Und dann geht's auch geradeaus jetzt weiter Vorhin war hier noch geschlossen Und jetzt Ist der Weg geöffnet Was ist das für ein roter Punkt? Was bist du denn? Boom Hip Boom Hip Yeah Ein Artefakt Äh, ein Portal Kein Artefakt Spring jetzt Danke Man muss aber auch genau in diesen Punkt sein Um hier runter zu springen Was überhaupt keinen Sinn macht Weil Portal, du kannst schon ein Artefakt aktivieren Jawoll, wir Wir müssen in eine andere Zeit Oh, jetzt kommt wieder so ein Rätsel Oh nein Vielleicht auch nicht Was hast du dann schon wieder vor Probleme? Etwas scheint Noel zu beschäftigen Er sagt, es sei etwas Persönliches Wie reagierst du? Nervt dich Mock? Nein Wenn dich Mock nervt, werde ich dir den Hals abschlachten Ich frage lieber nicht weiter Ist etwas wegen der Seherin? Hat das etwas mit dem Orakel zu tun? Wir nehmen die Seherin Ha, jetzt ist klar, wie gut ich bin Kleiner Noel Es ist so strange Es ist so strange Es ist so strange Es ist so, dass du zu sehen beyond dein eigenes Präsenz Das ist so, dass ich etwas das Lightning mir gesagt hat Sie sagte, dass von Valhalla Sie können all die Geschichte sehen Wenn das stimmt Dann die Padre Ceres und Lightning haben die gleichen Dinge gesehen Das bedeutet Lightning schon weiß was wird uns passieren Das ist so, dass wir die Geschichte über die Padre Ceres Aber natürlich er war nicht der einzige die Probleme war War es wirklich Lightning was ich sah in den images der Prophecy? Hmm Die einzige Möglichkeit zu herausfinden ist durch dieses Portal und zu lösen das Paradox Dialog-Trigger-Belohnung Ein Heiltrank erhalten Ja, weil ich richtig geraten habe Laden, laden, laden Neues Zeitportal geöffnet Werber JS200 Unfachbar Das sieht geil aus Das sieht geil aus Das sieht geil aus Und damit geht's nach Werber Oder wie sie sagt Ölba Nein ich kann Ich kann nicht ich kann ihn ich den sich die Oh, oh. Also, der sieht nicht sehr gesund aus. Oh jee, Leute. Oh jee. Probleme über Probleme. Wo gehen wir jetzt hin? Da geht's gleich eins weiter. Oh, oh. Oh, it's just an old fairy tale. Oh. Ein Portal öffnet sich vor. Es wird uns verschlingen. Wo sind wir jetzt? Es wäre das Jenseits. Es ist wie ein Maze. Ein Crossroads in dem Paradox selbst. Ein neues Rätsel. Ich glaube, wenn wir all diese Puzzle lösen, können wir den aktuellen Paradox lösen. Jetzt denkst du, Kubo? Tutorium. Zeitspalt des kristallinen Bundes. In den Sphären zwischen den Zeitlinien entstehen häufig auf unerklärliche Weise instabile Zwischendimensionen, die gemeinhin als Zeitspalte bezeichnet werden. Obwohl ihre Entstehung ungeklärt ist, scheinen sie unter dem Einfluss von Kristallen zu stehen und können sehr unterschiedliche Formen annehmen. Damit man nicht dem wahn divergierende Zeitlinien anheim fällt, gilt es, den Zeitspalt so schnell wie möglich zu verlassen. Dies ist der Zeitspalt des kristallen Bundes. Durch eine mysteriöse Kraft wurden die im Raum schwimmende Kristalle voneinander getrennt und sind dazu verdammt zu verfallen. Wenn die Energielinien nicht wiederhergestellt werden, tritt dann ein Kristall... Alte Eingabe gedrückt und bewege dich zum passenden Gegenstück, um die Energieverbindung zwischen den Kristallen zu restaurieren. Wie wir das machen werden, werden wir im nächsten Part sehen. Bis dann, Freunde. Ciao. Super, man kann's nicht mal ab...